Ok, wo müssen wir hin? Sagt der Kompass was Neues? Geradeaus, geradeaus. Einfach genau geradeaus. Ok, 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 alles klar. Ist der Segel im Wind vorne auch? Jetzt, ok, alles korrigiert. Sehr gut. Abfahrt. Vor der Schub. Sehr gut. Attacke. Nein, mach nicht, mach nicht ganz runter. Seh ich nichts. Ja, reicht, reicht, reicht. Perfekt. Boah, die Mucke, Junge. Ich fühl mich halt echt so, als wäre ich einfach in einem von diesen Filmen, das ist so krass. Oh, was ist da rechts? Ja. Oh, guck mal da rechts. Ich würde sagen, da ist irgendwas. Wie so ein Pavillon oder so, ne? Ich glaube, es wäre da auch ein Brunnen oder sowas, ich weiß nicht. Das ist diese Feste, oder? Ist das so ein Vor? Ich weiß es nicht, ja. Ich bin mal gespannt. Sagt der Kompass was? Müssen wir da hin? Ja, wir müssen da hin, wir müssen da hin. Au. Wir müssen da wirklich hin. Attacke. Okay, da vorne ist ein Strand, ne? Ah, nice, da können wir an. Da ist ein Steg, genau. Hörst du die Musik? Ja, Mann. Oha. Okay. Wir legen los. Achso, da ist gar keiner am Lenkrad. Ich wollte was sagen, ja. Du wolltest ja lenken, deswegen war ich jetzt erstmal am... Ja, das ist richtig. Alter, die Musik! Lord of Lost Souls. Alter, die Mucke! Wir machen den Hard-Turn und gehen... Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Und jetzt links einschlagen, dann machen wir den... Genau. Ey, die Musik war geil, Mann. Oh, ja. Die Sounds sind super. Kam die nicht auch immer, wenn die Flying Dutchman kamen? Irgendwie so? Es ist krass. Das ist das beste Sounddesign, finde ich, in dem Spiel bisher, ey. Kommen wir dann mit Anker? Mach mal Anker, mach mal Anker. Ja. Anker drehen. Die Mucke wird gleich noch geiler. Okay, wir müssen drauf achten. Ja, ich warte eigentlich nur auf diese Gänsehautomente wieder. Was soll das denn jetzt hier? Ja, warte, 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 warte. Das Lenkrad ist nicht richtig eingedreht. Warte, ich drehe, ich drehe. Wir segeln da vorne. Hilfe! Segeln da vorne. So, Achtung, jetzt werden wir näher kommen. Auf einmal geht der Ventilator an. Was jetzt? Der ist auch verflucht. Ich weiß, dass wir nicht drauf achten müssen, aber manchmal hat man ja so Momente, da redet man da irgendwie rein und so, das... Gibt es eigentlich einen Enderhaken? Machst du gleich wieder den Anker? Ja. Der braucht noch mal lange. Und das wird aber lustig, wenn wir hier gleich auspacken müssen. Mhm. Nööööööö, das kriegen wir, das kriegen wir schon hin, müssen wir noch rechts rumladen. Ey, wir laufen mit Steuerung jetzt, okay? Einen Zeitlupe. Alter, guck dir den an, den hat's erwischt. Im Arsch. Ach guck mal, den müssen wir sogar anzünden. Oh, zünde ihn an. Das war wie ne Klingel gerade, oder? Oh, ging doch ein Klingel. Das ist, glaube ich, das ist wieder, ich glaube, sehr an Landen, ne? Ja, es geht bestimmt das Tor jetzt auf, oder? Oh, ah, die Musik, Junge. Oh. Oh, wie gut das ist. Was ist das Lied? Aus dem zweiten, ne? Oh, 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 together, hoist the colors high. Heave, ho, bees and beggars, never shall we die. Ich hab kein Zau. Alter. Wir können übrigens das hier anmachen, ne? Mhm. Aber warte, 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 stopp, stopp, stopp. Hier sind, hier sind überall noch so, so... Leil, guck mal hier! Ja. Und hier kann man aufschließen, oder... 200 Yolt, Junge. Das steht gesperrt. Ja, das hab ich auch schon gesehen, ne? Das steht gesperrt. Was man hier drauf schießen muss, vielleicht? Ne. Ich weiß es nicht. Nee. Komm mal da rein, du. Die sind alle draufgegangen hier. Mega nice. Okay, vielleicht müssen wir's auf... Vielleicht müssen wir's wirklich erst anmachen. Dieser Gong, Junge. Zu cool. Wo ist meine Laterne? Kommt der Boss hier, ne? Nee, Laterne nicht rausrüsten. Warum nicht? Auf Q. Ungedrückt halten, und dann... Ich beruch's die ganze Zeit auf X, aus so wenigen Gründen. Du kannst uns hier runterlassen, um zu roten! Oh, lol. Oh, da unten sitzen wir. Ich hab' ich gar nicht geträgt. Wir müssen hier runterhüpfen, glaub' ich. Der hängt hier, Alter, wie geil. Oh, yo, da oben ist was. Oh, yo, da oben ist was. Jaaaa! Oh, lol, Alter! Hätte nicht eine Kugel gereicht, Junge? War's zum Bums? Oh, ich hab'n Dietrich bekommen. Er war'n guter Schwimmer. Oh, hier geht's auch noch rein, ne? Ja, ja, hier geht's weiter. Wir sind hier... Oh, hier ist aber noch ein Zettel. Sollen wir das lesen? Okay, da müssen wir sogar langen. Der Fackelträger hier. Die haben ihr doch immer. Haben die Verträge mit ihr gemacht? Und haben die quasi nicht erfüllt, oder was? Oder wie? Ja. Guck mal, hier konnten wir wieder die Fackel anmachen. Ja? Ja, das ist jetzt nur ein Buch. Okay. Aber das sagt ja, wer sie... Wer sie, äh... Wer sie verflucht... Ja, ja, klar. Klar. Okay, ich ruf... Ich lese es mal. Ja. Ähm... Ähm... Scheißhaus! Die See ruft mich. Ich höre sie. Sodage durch die Mauern des Verlieses hindurch. Die erzählt mir von neuen Horizonten und Abenteuern. Aber während ich hier auf mein Ende warte, kann ich nur meine Augen schließen und von ihr träumen. Denn dieser Sonnenaufgang wird mein letzter sein. Ich werde die See nie wiedersehen. Äh... Warte mal, aber wie sehen wir denn jetzt die See wieder? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Äh... Hier. Ich habe nur seinen Ausgang erspielt. Ach da, Leute! Du Schlingel! Du bist ein Fuchs! Guck mal, wie gruselig das aussieht. Mit der Laterne. Mit der Laterne, ja, Mann. Durch die Dunkelheit. Das ist doch geil. Wir kommen wahrscheinlich dann in diese, äh... Diese Zelle, die wir gesehen haben, wäre nur noch... Oder? Ne, wir sind jetzt hier... Ah doch, hier geht's rein, ja. Genau, da können wir best... Ja, ja, ich muss das aufmachen. Aber das geht's nicht. Warum sind wir dann da reingesprungen? Den haben wir ja, den behalten wir. Ach so, ja, perfekt. Warte mal, wir können hier die nächste Zelle aufmachen. Haben Sie dann auch das vorne? Ne, oder? Ich denke schon, dass ich da vorne das aufmachen kann, ja. Stimmt. Lauf schon, warte mal. Ja. Hier geht's auch nach oben. Wir müssen hier sowas wie ein Jump'n'Run machen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Hier kann man auch eine Tür drücken, aber da passiert nichts. Hier sind Skelette, hier sind... Können wir die hier... Okay, ich kann hier die Leiter hochgehen. Ah, ich habe hier ein Seil. Ich kann das durchschneiden. Warte, warte. Warte, warte. Dann kracht das bisschen runter hier, ne? Ich habe kein Seil, ich habe kein Schwert dabei. Noll. Ich auch nicht tatsächlich. Oh no. Das wäre ja super. Wir sind ja Piraten, ey. Meinst du, stumpf? Oh wow. Warte mal. Ah okay, dann überbrücken wir das hier. Oh, ich kann die... Ich kann die... We check the hole, Sir. Jack Sparrow. He... He escaped somehow. Ich... Ich weiß nicht, dass sie nie stoppen. Weil ich komme. Ha! Vielen Dank, Mo. Für deine seelische Unterstützung. Dann haben... Dann ist also... Und das haben wir dann schon quasi Barbossa gehört. Und jetzt auch gerade noch dann... Quartes. Ja. Ist ja Quartes? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier können wir rein? In die Zelle? Oh. Ich denke mal, dass wir hier rein müssen, oder? Da ist nix, ne? Da ist wieder ne Fackel, da ist wieder ne Fackel. Ja, runter. Können wir von... Ah, genau. Wir können von hier hinten ausschließen. Okay. For our freedom. Mach mal an. Mach mal an die Fackel. Geht nicht? Ne, geht nicht. Aber wir können hier wieder raus... Aber warte mal, warum können wir denn hier rein? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht aber nur so, dass man hier runterfallen kann? Ah, es kann... Warte mal, was ist hiermit? Hier. Ah. Ah, jetzt gehen sie an. Ah, ein Buch. In der Flesen. Let's go. In all den Jahren auf dem Meer habe ich nie wahre Grausamkeit erlebt, bis ich die Gemäuer betreten habe. Die spanischen Soldaten verhängen Strafen nach Belieben. Neu. Es wurden schon Leute für schiefe Blicke ausgepeitscht. Mein Schicksal wurde besiegelt, als ich mich einmischte, als sie einen Jungen schlugen. Da ich weiß, dass ich seine Freiheit mit meinem Leben erkauft habe, kann ich alles ertragen. Denn solange er frei über die Meere fahren kann, werde ich weiterleben. Ui. Ah. Geil. 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 So, warte, was haben sie mit dem Jungen vor? Oh. Okay, und was nun? Okay, dann haben wir noch einen Flaschenzug hinten. Ja, da oben geht's auch irgendwie lang, ne? Aber, oh, jetzt bin ich wieder runtergehüpft. Ich bin wieder runtergefallen. Was war denn hier? Hier kam er gerade lang, ne? Ja, das war's. Hier geht's aber auch nicht in eine andere Richtung, oder? Wir können den Flaschenzug drehen, hier. Oh, hier, warte mal. Hier, hier. Genau. Oh, die sind fucking. Warte mal. Was bedeutet das? Was hat das jetzt gebracht? Kann man da rein? Ne, man muss es ja alleine machen können, dass man da keinen Sinn. Doch, doch, du kannst da rein, guck. Oha. Ja, aber warte mal, man muss es ja alleine machen können. Das heißt, man muss das auch irgendwie, hm. Ja, du kannst rein. Wahrscheinlich, weißt du? Du kannst in den reingehen, alleine. Kannst jetzt abmachen. Ach so, dann geht's wieder hoch. Kannst jetzt schneller reinlaufen. Dann müsstest du jetzt von alleine hochgehen wahrscheinlich dann, oder? Ja, okay, okay. Ja, 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 ja. Ich kann euch zur Not auch hochziehen. Aber hast du jetzt nicht, ne? Ne, hab ich nicht, hab ich nicht. Oh, ist hier die nächste Tür? Boah, was ist denn hier los, Alter? Jo, den haben sich einfach abgesch... Oha, guck mal, den haben sich einfach abgeschossen, als der da an der Tür stand. Alter, das ist Django. Der darf dich behalten. Das sind beide Arme einfach. Junge. Okay. Haben wir hier noch was? Alter, du wusstest, wie das ausgesehen haben muss. Oha, und der war so kurz davor. Er hat seine Hankers Mahlzeit nie bekommen. Hier geht's aber nicht ran, da können wir uns nicht dran schwingen, ne? Wir könnten hier über den Balken laufen, aber das würde auch nichts ändern, oder? Ja, da können wir dann auch nicht. Oder? Warte mal. Was ist denn das da vorne? Können wir da irgendwie was hauen, vielleicht? Das ist ein Sound. Was? Ich hab grad den Kompass benutzt. Vielleicht war das der. Ach so. Das ist der Kompass-Sound, ja. Warte mal, hier geht's einmal. Doch, 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 da müssen wir rüber. Hier müssen rüber, glaube ich. Warte. Aber warum können wir hier auch nach links? Ah. Das sind wir auch nach links. Warte mal, hier geht's auch weiter. Hier geht's auch lang. Chat. Chat. Äh, Chat. Leute. Jungs. Stell mich mal hier hin. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier... Weil hier komm ich ja jetzt erstmal nicht weiter. Also ich muss auf jeden Fall hier auch lang laufen. Und hier sind... Ich weiß nicht. Ich versuch mal hier zu hüpfen. Ich glaub das ist richtig hier, ja. Ja, das ist richtig. Okay, ich bin hier rüber gehüpft. Hier ist eine Tür, die ist zu. Ich bin jetzt hier oben. Auf der anderen Seite. Hier ist eine Falltür. Kann ich nicht aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie was übersehe. Ich glaub ich muss bei dir irgendwas machen können, oder? Bestimmt. Ich muss doch hier eben... Wir müssen irgendwas machen können. Da vorne weg. Da vorne weg. Da vorne weg. Da ist ein Flaschenzug, ne? Kommt man hier rüber gejumpt? Schwierig, ne? Boah, ich glaub nicht, ne? Könnte. Könnte. Warte mal. Doch. Ah, okay. Dann komm ich mal zu euch. Nice. Okay, da ist hier jetzt um der nächste Flaschenzug. Oder hätten wir hier in der Wellen vielleicht hochziehen können. Nene, das ist um dich selber hochzuziehen. Ja. Das ist mega, Alter. Boah, das sieht auch krass aus von hier oben, ey. Sieht so krass aus, ja. Mit so einem Schiff. Den, 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 den. So, hier war das dann, ne? Genau. Du bist einmal da außenrum. Und dann musst du quasi da lang hüpfen. Geil. Ah. Jetzt hier rüber. Ei. Ei. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Oh. Ja, das stimmt. Ein bisschen zu früh abspringen und dann bist du runter vom Balken. Ja. Es ist einfach mal so. Ja, okay. Könnte auch so, von hier links sieht das ein bisschen aus wie so ein Crash Bandicoot Level, ey. Ja. Über den Balken an den Redsland vorbei. Guck mal, ich bin weg. Hä? Hä? Der ist wirklich weg. Alter, der ist Kiste geworden. Einfach Prop Hunt. TTT. Prop Disguiser. De-de-de-de. Din, din, din. Wetten gehen raus, ob er das jetzt schafft. Din, din. Da-da-da. Wetten gehen raus, ob er das jetzt schafft. Denktar, du darfst nicht zu früh. Du darfst nicht zu früh. Oha, du Cheater. Boah. Boah. Das ist auf jeden Fall einen höheren Absprung. Ja, da kannst du ein bisschen weiter laufen, wenn du über die Steine gehst und dann hier rüber. Ich denke aber, dass es hier dann wahrscheinlich besser ist. Werden wir dann platziert werden? Hey! Jawoll! Yoho, yoho, zieh die Flasche rein! Zieh die Flasche rein! Hallo! Alter, hier rechts! Ah ne, ich dachte, das ist ja so ein fettes Tor. Was ist das denn? Oh, das ist wieder so ein Leuchtturmding, Alter. Ach, Tatsache. Können wir das schon anfackeln? Geht das schon? Ich wollte gerade sagen, müssen wir das entfachen erst? Ja, ich kann es anmachen, soll ich machen? Warte, 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 lass erst noch mal gucken, bevor wir irgendwas drehen hier. Ja, ich sehe auch schon eins direkt darüber, wo wir das anmachen müssen. Links ist eins auf der Klippe, aber wir checken erstmal. Und jetzt kommt es, das ist das Optionale. Alter, ich glaube, wir müssen hier gleich kämpfen. Es ist so viel Platz hier, das macht mir Angst. Das könnte gut sein, ja. Also der Kompass sagt auch, dass wir zu dem Leuchte-Dingens müssen. Ja, okay. Geht zu der Tür irgendwas, können wir da irgendwas machen? Warum ist hier so viel Platz? Das ist scheiße. Das ist immer... Das ist immer scheiße, wenn so viel Platz da ist. Das ist nicht gut. Aber ich hätte gerne deinen Pullunder. Glaub mal, Junge, das ist... Ich sag's euch. Das... Ah, okay. Gut. Es kann sehr gut sein. Spannend. Ich kann es mir vorstellen. Vor meinem geistigen Auge. Du musst ja gleich... Hier ist der Sackgasse. Jetzt geht er nicht weiter. Das ist... Ja, das stimmt schon. Bad, bad! Was passiert? Guck mal, das ist aber auch mal ein Fanfare. Oh, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Links. Ja. Ja, links sehe ich noch zwei Stück. Drei. Drei Stück. Ja, weiter, weiter. Ein Stück noch. Weiter, weiter. So. Unten davon ist noch einer. Unten davon, ja. Und dann zurück, zurück, zurück. Und da oben, ne? So gut. Und links oben, genau. Oh, ganz links ist noch einer. Hart links. Ah, ja, ja. Ich seh ihn auch gerade. Loll. Krass. Durch die Lücke hier. Wir haben's. Ja. Was passiert jetzt hier? Das ist jetzt nicht. Ich check mal hinten. Ah, auf dem Wasser, auf dem Wasser, auf dem Wasser. Das ist auch eher auf dem Wasser. Aber sind das jetzt Dinger, die uns an... Wir haben nicht umsonst Kanonen, oder? Wir müssen das vorverteidigen. Mit den Kanonen. Schiffe am Horizont gesichtet. Der steht da vorne. Ja, guck mal da unten, die stehen unten auch... Alter, jetzt schießen die! Die Musik! Wie geil. Müssen wir schießen? Ich weiß es noch nicht. Geh mal runter, weil du kommst von mir aus ja relativ schnell wieder hinten. Ja, wir konnten da nicht... Wir können da nicht dran nichts machen, ne. Oha, Lads! Ich glaube, wir müssen jetzt kämpfen, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt fighten, Alter. Wir haben kein Jack Sparrow, Junge! Suchen wir doch selber! Oh, lol! Feuer! Wow! Ich dachte, jetzt passiert irgendwas Tolles. Irgendwie hört man's an. Alter! Das hat irgendwie gedauert mit den Kanonenschüssen. Ich hab die grad gar nicht gehört. Ne, ich auch nicht. Nur die ballern die einfach weg. Aber sind die gesungen? Anscheinend. Alter, die Löcher wachsen einfach wieder zu. Ja, das sind die Dämonenschiffe, das... Aber was bedeutet das für uns? Wir müssen... Müssen wir hier runter? Warte, unser... Warte, unser... Komm, was sagt. Wir müssen da hin. Wir müssen da hin, vielleicht. Ja. Wir müssen da runter. Das vorderste Schiff, kann das sein? Ach du Scheiße. Huh! Los! Wir müssen auf das Schiff. Okay, müssen wir da... Ne, hier müssen wir stehen. Der Kompass sagt hier grade. Ja, genau. Black Dog Briar. Oh, oh, die haben den Kompass gesehen. Oh, oh. Oh, oh, das sind wir jetzt... Der Kompass. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gibt's hier irgendwo Munition? Ich weiß es nicht. Ja, gibt's hier direkt. Gibt's hier vorne am Stein. Bei mir? Jojojo. Nice, nice, nice. Perfekt. Ihr Pisser. Oh, Vorsicht. Ich glaub, der Käpt'n kommt hier an. Shit. Ihr kriegt den Kopf nicht, aua. Alter, haben wir es? Ja, hat mir getan, ey. Haben wir es? Hier in den Kisten. Hier in den Kisten. Okay, ja, 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 alles klar. Ich hab, ich hab, ich hab. Sagt, wenn ihr esst. Können wir übernehmen. Können wir nicht essen. Wir kriegen noch mehr Besuch. Ja. Komm. Er sagt. Oh, ich brauche Muni. Ich hol Muni. Ah, die kann auch gut mit dem Schwer tatsächlich. Ja, ja, das geht easy. Ich hab' nur kein Schwert, das ist halt das Ding. Nice, mach's weg. Ich muss gut Position holen. Das ist nur mal fix. Die lösen sich die ganze Zeit auf, die Penisse. Ja. Linke Seite, man aber hin. Hier ist doch keine Dinge, die so ein bisschen abhaut. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch von unserem guten Käpt'n hier. Oh, jetzt ist er wieder neu da. Schnauze. Die wollen den Kompass. Oder wollen sie ihn doch nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollen sie auch erstmal nur uns. Vielleicht wollen sie auch erstmal nur uns. Ja, das kann sein. Aber ich schmeck nicht so gut. Ich muss Munition holen. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er selber. Da ist er. Der Black Dog. Oh, mit Verstärkung. Penis. Okay, lass uns erstmal die daneben wegballern. Alter. Ihr Schlingel. Ich brauche Munition. Weg damit. Oh, hier ist er. Der Black Dog. Der T-Dog. Habt ihr einfach den Rücken gekratzt? Danke, Mann. Danke. Hat auch echt genervt. Hier vorne. Stürb. Oder was auch immer du machen kannst. Männisch. Schnauze. Oxi-Action. Oh. Ich muss essen. Der hat mich weggeschleudert. Jawohl. Wir haben ihn, oder? Ja. Ich glaube. Jetzt hau uns ab. Du kleiner Low-Bob, Junge. Ich glaube, wenn du das weiterfälligst. Wenn du weiterfälligst mit Marcosis-Affärerns, dann wird keine Macht, die wir leben oder sterben. Dann werden wir sehen, dass wir uns nicht mehr leben. Wir sehen, wir sehen ein paar Bosse. Oh ja. Das hat mich sehr gespannt. Aber man kann die nicht kaufen, also man kann nicht seine Kämmer kaufen. Nee, leider nicht, glaube ich. Kacke, ey. Vielleicht muss man die sich auch erst freischalten. Ich weiß es nicht. Könnt ihr sein. Oh, da ist Licht angegangen. Wir müssen segeln, Jungs. Auf geht's. Es geht weiter. Ich weiß es nicht.